Der Perlstich. Hier haben wir den Perlstich. So, nun mache ich das mit einem blauen Faden, direkt darunter so. Einmal A einstechen. Dann B, C durchstechen und durch den Faden ziehen. Das ist unser Perlstich. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Vielen Dank. So, das ist der Perlstich.